Oh What Okay, das muss ich okay. Hello, we are sisters Hasbrook and orina of the Church of Jesus Christ We're here to our house to women. Um, we're here to Share about the restored gospel of Jesus Christ and now it could make you happy forever. Would you like to learn more? I think That's what we're doing I don't know I don't know I don't know I don't know What is this here? Before we start, would you like us to start off with the prayer Warum bin ich denn hier gelandet? Was ist denn das? Einfach eine Sekte Chat wieder Affirm oder Negative? Bitte in den Chat Was ist das hier? Die Zeugen Geo Was? Affirm So, schreibt in den Chat, wie wir reacten sollen Affirm oder Negative? Oh, hör auf hier zu bribbeln So, ähm Affirm rein da Was ist das? So schlimm ist die Lage doch nicht Affirm, Affirm Gut, dann schicken wir das mal ab Gut, dann haben wir das Die schicken in die Bibel Wir wollen beitreten Die sollen uns mal ein Mitgliederformular schicken Das ist Scientology oder so, keine Ahnung Naja, ähm Das ist dann das hier, ne? Ähm 3, 9, 6, alles klar Oh Gott, es hat gebimmelt Oh Gott Ähm Das rumkümmern wir uns gleich Was ist das hier? Naja Ähm So, okay Also Ähm Gut, dann gucken wir uns mal das Gucken wir uns das mal an So, ähm Dear Heavenly Father We thank you for allowing Fly by Wire To help us share the gospel of Jesus Christ Ähm We ask that may Elmo Raider find the inspiration to learn more about the gospel Ähm That the heavenly Father is with us today In the name of Jesus Christ Amen 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 in the chat Amen in the chat No Amen, only Roger Amen Oh man ey Was machen wir hier? Okay Roger Auf einmal von der Fly by Wire Sekte angeschrieben werden Hahaha Das ist echt so Was ist das für eine abgefuckte Fly by Wire Sekte? Ja ne behaltet es einfach am Auge So, ich bin kurz auf Toilette Ähm Macht nichts kaputt Und äh Bis gleich So So Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Truth Bis gleich fox